Natürlich stellen wir oft im Leben fest, dass unsere rationale Pläne nicht aufgehen. Doch das bedeutet dann, dass es einen viel besseren, nämlich höheren und liebevollen Plan gibt. Und deshalb komme zur Ruhe, lasse einfach mal deine Pläne sein und besinne dich auf folgendes Gebet, welches du für die Erfüllung deiner Seele regelmäßig, morgens, mittags, abends, gerne sprechen kannst. Liebe Engel der Kreativität, ich bitte um Unterstützung bei der Umsetzung meiner lichtvollen Seele. Alles, was nicht reine Liebe ist, lasse ich los, lasse ich gehen und fokussiere mich ganz. Auf liebevolle, reine Absicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.